Meine Lieblinge, meine Süßen, mein Glück, meine allerliebsten Babys. Ich möchte nur, dass meine Kinder diesen Krieg überleben. Wir gehen lange. Großmutters Haus ist weit vom Bahnhof. Wir stinken wie Großmutter. Wir wohnen bei unserer Großmutter, die man die Hexe nennt. Sie wird uns kein Geld geben. Diese Leute sind nichts weiter als Tiere. Meine Lieblinge, meine kleinen süßen Babys, meine allerliebsten Babys, ich werde aber es nicht verlassen. Es tut nicht weh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020